Prinz Harry und Meghan Markle haben für die königliche Familie eindeutig eine niedrige Priorität. Kommentar Die offiziellen Seiten von Prinz Harry und Meghan Markle auf der Website der königlichen Familie weisen mehrere Ungenauigkeiten auf, die seit Jahren unangetastet bleiben. Emily Ferguson schreibt, dass dies deutlich zeigt, dass sie in Palastkreisen eine niedrige Priorität genießen. Jeden Tag verbringen Helfer Stunden damit, Nachrichtenartikel über offizielle königliche Verlobungen zusammenzustellen, Pressemitteilungen herauszugeben und dafür zu sorgen, dass die Website der königlichen Familie ein genaues Informationsportal ist. Wochenlange Arbeit wurde in die Aktualisierung der Tausenden von Seiten gesteckt, auf denen die verstorbene Königin als Monarchin erwähnt wurde, sowie in die älteren königlichen Titel hochrangiger arbeitender Mitglieder des Königshauses. Daher ist es bedauerlich, dass einige Seiten auch fast 18 Monate nach dem Regierungswechsel noch immer veraltet sind. Aber vielleicht ist die Tatsache, dass die Seiten derjenigen, die das Schiff steuern, poliert und frisch wirken, während andere dies nicht tun, ein Ausdruck sowohl des Dienstalters als auch der Priorität. Höflinge machen klar darauf aufmerksam, dass Prinz Harry, Meghan Markle und Prinz Andrew keine berufstätigen Mitglieder der Firma mehr sind, indem sie die offiziellen Erklärungen, die dies bestätigen, oben auf ihren jeweiligen Seiten platzieren. Dabei dachten sie vielleicht, es wäre einfach ein offener Fall, und es wurde nur wenig Zeit darauf verwendet, die Details durchzugehen, um sicherzustellen, dass die Seite spätere Ereignisse widerspiegelt. Dass die Seiten jedoch ohne Risiken bleiben, erregt die Aufmerksamkeit sowohl hartnäckiger Royal-Fans als auch langjähriger Kritiker. Die Profilseiten von Harry und Meghan mögen zwar eine niedrige Priorität haben, aber es ist wichtig, dass die offizielle Website, die von Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird, korrekt und zuverlässig ist.